Der Sonntag zeigt sich zunächst freundlich und die Temperaturen steigen von 14 Grad am Morgen bis auf 23 Grad am Mittag. Doch dann am Nachmittag zieht sich der Himmel zu und am Abend fallen ein paar Regentropfen. In der Nacht fällt dann immer wieder Regen bei 13 bis 14 Grad. Am Montag erwartet uns erneut teils kräftiger Dauerregen und Temperaturen von nur bis 17 Grad. Am Dienstag ist es dafür wieder freundlicher und trocken bei 11 bis 19 Grad. Am Mittwoch die meiste Zeit mehr Wolken als Sonne, es bleibt aber am Vormittag und am Nachmittag trocken. Erst am Abend kann es Schauer geben, das Ganze bei Temperaturen bis 22 Grad.